Ich habe heute eine Koalitionsregierung von ÖVP und FPÖ angelobt. Heftige innen- und außenpolitische Diskussionen sind dieser Regierungsbildung vorangegangen, die mich mit Sorge und Betroffenheit erfüllen. Bundeskanzler, auf Ihren Vorschlag genannt worden sind, wünsche ich für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Interesse der Republik Österreich. Ich würde ihnen sagen, dass Österreich eine Demokratie ist, dass Österreich die Menschenrechte respectet. Und wenn Sie... Vielen Dank. Okay, okay, okay.